Was ist eine Einlaufdüse? Das gefilterte Wasser fließt mit den Einlaufdüsen wieder in das Becken zurück. Eine Einlaufdüse verfügt über Einstellmöglichkeiten des Wasserflusses, der durch das Kugelloch aus ihr herausströmt. Falls erforderlich, kann die Düse auch eine Saugoption ausführen. Wie viele Einlaufdüsen sollen im Schwimmbecken angebracht werden? Die Mindestanzahl der Einlaufdüsen ist von der Leistungsfähigkeit der Finktanlage und dem Durchlauf der Düsen abhängig. Wenn du wissen willst, um welche Zahlen es sich handelt, gibt es dafür eine einfache mathematische Gleichung. Teile die Leistung der Pumpe der Filteranlage durch den Einlauf der Düsen. Auf diese Weise erhältst du die Anzahl der benötigten Düsen im Pool. Wo sollen die Einlaufdüsen montiert werden? Die Düsen sollten auf der gegenüberliegenden Seite des Kimmers angebracht werden. Mindestens 20 bis 40 cm unterhalb des Wasserspiegels.